So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einem neuen Tutorial. Haltet euch fest, es wird ein etwas längeres Tutorial, denn heute erkläre ich euch etwas nochmal über den Hauptbahnhofsvorfeldbau und über die Signalisierung an einem solchen großen Hauptbahnhof. Ich habe hier einen zwölfgleisigen Hauptbahnhof ausgewählt, bestehend aus einem siebengleisigen Personen-Kopfbahnhof und einem fünfgleisigen Güter-Kopfbahnhof. Ich habe jetzt hier die Welt so gut es geht ohne Mods geladen, fünf Stück sind drin, aber ich wollte jetzt nicht zum Beispiel hier den Liege oder andere große Bahnhöfe. Hier als Mod reinmachen, damit es einfach ruckelfrei bleibt. Aber das soll es ja auch gut simulieren und ich habe auch gesehen im Forum, dass einige von euch das auch so bauen. Also sie bauen den Güterbahnhof neben den Personenbahnhof. Und wie man hier seht, ich habe die Flying Junction hier Mod drin und ich habe mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen Aufbau überlegt. Einmal hier natürlich die Brücke, wo noch hier oben drüber fährt für eventuelle Güterstrecken und natürlich auch hier die Zubringer. Und auch noch ein bisschen, um euch noch ein bisschen Schönbau mitzugeben. Ich würde einen Bahnhof grundsätzlich nicht nur mit so geraden Strecken hinaus machen. Dass ein Doppelgleis ist zum Beispiel für eine Linie und die führt dann was für sich. Das Gleis würde dann beispielsweise wie hier dort wegführen, das würde da wegführen oder das Gleis führt dann da weg. Mache ich grundsätzlich nicht. Ich finde das nicht schön und keine Ahnung, bei mir ist halt einfach der Schönbauer drin und auch der Realismus. Also ich sehe so gerade Ausfahrten an einem großen Bahnhof so gut wie gar nicht. Deshalb hier habe ich hier die Personenstrecke einfach hier rüber gelegt und habe dann gesagt, okay, du gehst halt hier hinten rein. Jeder normale Mensch würde hier sagen, okay, ich ziehe jetzt meine Strecke hier rein. Aber ich bin da ein bisschen anders und damit könnt ihr auch noch ein bisschen Schönbau mitbekommen. Ich habe auch hier nochmal den Mod reingeladen. Ich finde hier diese freien Plätze, okay, hier würde es jetzt nicht reinpassen, aber diese freien Plätze, was sie hier ergeben, finde ich perfekt für so einen Mod. Da kann man dann auch seine Fahrzeuge auf die Strecke schicken. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber um das Ganze hier nochmal zu zeigen, falls ihr hier nicht durchblickt mit den Weichen, dann kann ich euch gerne nochmals in einem anderen Video zeigen, wie ich meine Gleisvorfelder plane. Denn ich plane grundsätzlich alles im Voraus in meinem Kopf. Das heißt, ich überlege mir, wo geht jetzt diese Strecke lang, was möchte ich da später drauf fahren lassen und wie verläuft genau die Linie. Also auf welchem Gleis soll nachher was fahren. Das überlege ich mir alles schon, bevor ich das erste Gleis baue. Das ist schon mal wichtig. Und das solltet ihr, wenn ihr gut seid und wenn ihr euch das gut im Kopf überlegen könnt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Aber dieses Tutorial soll hauptsächlich um die Signalisierung an so einem großen Kopfbahnhof gehen. Also, was ich grundsätzlich immer empfehle, wir sind ja hier eh an einem Kopfbahnhof, ich mache an jeder Ausfahrt ein Signal hin. Das mache ich immer grundsätzlich. Wer meine Videos kennt, der weiß das auch schon. So, haben wir die zwölf Gleise schon mal abgesichert. Denn wenn ihr dieses Signal nicht platziert, dann könnt ihr erstens mal nicht sagen, auf welchem Gleis soll jetzt diese Linie genau hinfahren. Das ist schon mal ein Minuspunkt. Und zudem, gerade durch diese viele Weichen, und ich habe ja keine Linien, die jetzt hier gerade reinführen und gerade wieder raus, sondern ich kreuze natürlich hier andere Linien. Und damit der Zug, der hier aus dem Bahnhof herausfahren möchte, keine Vorfahrt hat, gebe ich ihm halt hier ein Signal. So, dann ist natürlich wichtig, ihr müsst immer wissen, auf welchem Gleis geht es in welche Richtung. Also, falls ihr euch hier fragt, okay, hier hat ihr ja nur ein Gleis, ja, auf diesem Gleis wird aber nur in Richtung Bahnhof gefahren. Das kann ich euch dann gerne später nochmals erklären, ja, weil ich mache gerne so Strecken, die in einem Hauptbahnhof nicht enden, ja, sondern die fahren zum Beispiel hier in den Hauptbahnhof rein und fahren dann auf einer anderen Strecke weiter. Das beste Beispiel für dieses Szenario ist Stuttgart, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Strecke, was ich Frankfurt-München nehme, da fahren die nach Stuttgart rein in den Kopfbahnhof und fahren dann weiter. Deshalb habe ich ja hier eine Verbindung gemacht, damit die Züge, die von hier drüben kommen, die Möglichkeit haben, über einen Gleis hier rüber zu wechseln. Auch noch, ja, gut, ich erzähle jetzt ein bisschen was hier über das Gleisvorfeld. Was ich generell auch mache, ich gebe einem Zug immer die Möglichkeit, von einem Gleispaar, also das ist bei mir ein Gleispaar hier, auf das andere zu kommen. Egal wie, zu dem rechten, zu dem linken, ist völlig egal. Ich gebe dem Zug an dem Hauptbahnhof immer diese Möglichkeit, weil ich füge später Linien ein, ja, die würde kein Mensch machen, weil sie werden nicht effizient, sondern dies ist einfach nur Schönbau. Aber generell so als Tipp, falls ihr auch so ein Vorfeld haben möchtet. Also, dann gehen wir mal an die erste Strecke und das wäre ganz simpel hier mal die linke und ich arbeite eigentlich immer generell im Doppelgleisprinzip. Das heißt, ich habe sehr selten mal eine Linie, wo nur auf einem Gleis fährt. Kann man auch machen, gibt es ja in vielen Teilen von Deutschland noch, aber bei mir gibt es das nicht. So, also, was man generell sagen kann, es gilt, egal wo, an welchem Bahnhof ihr seid, das gilt immer. Und zwar, an der, oder an der ersten Weiche, die ihr habt, auf diesem Pfad. Das wäre ja einmal, wir haben hier eins, zwei, drei, vier Weichen drin. Das heißt, vor der Weiche muss auf jeden Fall ein Signal hin damit. Wenn ein Zug hier kommen würde, und, was weiß ich, sein Gleis, oder hier, diese Weiche wäre noch von einem anderen Zug blockiert, dass der Zug hier haltet. Das hier ist natürlich noch zusätzlich, weil das ist natürlich der Abzweig hier über die Brücke für eventuelle Güterzüge. Habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, denn ich wollte das natürlich so realistisch machen wie möglich. Es kommt natürlich auch hier auf die Zuglänge drauf an. Falls ihr das nicht haben möchtet, wenn hier die Züge zu lang stehen müssen, und ihr hier sehr lange Züge einsetzt, dann baut hier oben, also das Signal muss auf jeden Fall noch hin, aber das Signal könntet ihr weglassen, wenn eure Züge zu lang sind. Und damit ihr hier den Weichenbereich nicht blockiert, für eventuelle Züge, die von hier hinten nachkommen. Zudem würde ich hier kein Signal hinsetzen, weil man sagt immer vor Weichen, na gut, auf jeden Fall ein Signal hinsetzen. Aber dann könntet ihr das Problem haben, wenn ihr zum Beispiel einen längeren ICE einsetzt, dass der hier noch, dass der vielleicht noch bis hier hin ragt, und der dann ziemlich viel von dem Bahnhof blockiert. und somit könnt ihr eine eventuelle Vorfahrt dem Zug geben, der von hier kommt. Denn ich weiß ja später, ich weiß ja jetzt schon, auch wenn noch kein Zug drauf ist, weiß ich ja, dass hier eigentlich nur Güterzüge drüber fahren, und Güterzüge haben im Reellen, ja, und auch im Spiel bei mir eher keinen Vorrang. Das heißt, ich setze für den Güterzug hier ein Signal hin, und mache das wieder weg. so, denn, sobald der Zug dieses Signal hier verlässt, das Bahnhofssignal, und ist auf dem Weg auf diese, auf diese Strecke, muss der Güterzug auf jeden Fall hier halten, weil, der Zug, der den Bahnhof hier verlässt, hat kein Signal hier stehen. Das heißt, der hat auf jeden Fall früher Vorfahrt wie der Güterzug. Eine Empfehlung von mir. Das nächste wäre dann hier die Bahnhofseinfahrt. Die Bahnhöfe habe ich jetzt hingebaut, um euch dann nachher noch die Linienführung zu zeigen. So, dann wären wir ja hier, wären wir schon mal fertig. Dann nehme ich den nächsten Strang, und das wäre in diesem Fall dieses Einzelgleis. Und, ich weiß, in diesem Gleis soll es nachher nur in diese Richtung gehen, also Richtung Bahnhof. Also, dann schauen wir mal. Okay, hier ist keine Weiche. Zack, zack, zack. Gehen wir mal vor. Okay, hier ist die erste Weiche. Das heißt, die Weiche muss auf jeden Fall freigehalten werden, also kommt hier ein Signal hin. Genau wieder das gleiche Prinzip. Das machen wir überall. Das Signal ist dafür da, dass der Zug anhält, damit der Weichenbereich hier frei bleibt für Züge, die diesen gerade blockieren. Also, wäre das Gleis im Grunde schon fertig. So, haben wir das nächste Gleis. Da sehen wir hier eine Weiche. Also, kann man ja sagen, ich platziere die hier hin. Ah, nein, guckt mal zurück. Wir haben hier nochmal eine und hier nochmal eine Weiche. So, und das war's. Das heißt, hier draußen, ja, auch wenn ihr es vielleicht etwas krass findet, aber hier kommt das Einfahrsignal hin für die ganze Strecke hier hinten. Einfach aus dem Grund, weil wir hier so viele Weichen haben und wir diesen Weichenbereich nicht blockieren möchten, da später die Züge, also in meinem Fall, auch hier zu fahren. deshalb immer überlegen, wie ihr die Linien legt und so müsst ihr auch eure Signale setzen. Also, um mal kurz diese drei Gleise hier zu erklären, wir haben hier das rechte Gleis als Einfahrsignal und diese zwei Gleise sind Ausfahr, äh, Ausfahrgleise. Ja, richtig erklärt. Ja, gut. Durch dieses, ähm, große Weichenvorfeld kommt natürlich das erste Ausfahr, oder, ja, das erste Signal, nachdem der Zug ausgefahren ist, ziemlich spät. und zwar sehen wir hier hinten ja schon die erste Abzweigung und zwar werden ja aus diesen, äh, drei Gleisen werden dann vier, habe ich einfach mal so hingebaut, weil ich sehe das auch schon, äh, ein paar Mal bei euch im Forum und aber auch in der Realität, ja. Deshalb ganz einfach, ich weiß, die zwei Rechten sind jetzt meine Ausfahrsignale vom Bahn, äh, meine Ausfahrgleise vom Bahnhof, also kommt hier und hier jeweils ein Signal hin, damit, wie gesagt, wieder der Weichen, das Weichenvorfeld hier freigehalten wird. Zudem müssen wir natürlich auch alle andere Richtungen absichern und das wäre in diesem Fall so gelöst. Mit vier Signalen wäre dieser Bereich hier komplett gesichert. Und das wäre dann hier unser Einfahrsignal zum Bahnhof. Wie gesagt, äh, haltet mich nicht für blöd, sondern das ist halt wirklich so. Das muss so weit draußen sein, damit die ganzen Weichen nicht blockiert werden. So, unser nächster Strang wäre dieses Vierergleis hier oben. Also schauen wir wieder, wo wäre die erste Weiche? Die wäre in diesem Fall hier, also kommt hier das erste Signal hin. Da, ähm, ja, die zwei rechten Gleise sollen ja später für den Personenverkehr zur Verfügung stehen, die zwei linken für den Güterverkehr. Das habe ich jetzt einfach mal so geregelt, ja, das ist einfach mal so aus dem Kopf erfunden. Das ist jetzt nicht irgendwas nachgebaut, sondern wie gesagt, einfach nur mal frei erfunden, um es euch zu zeigen. Um auch noch, wenn ihr wollt, natürlich ein bisschen Realismus reinzubringen, könnt ihr das hier ja auch noch ins Signal hinstellen, müsst ihr aber nicht, weil da ja später keine Züge in die Richtung fahren. Das gleiche machen wir hier mit dem linken Strang. Da gehen wir wieder so lang vor, bis wir die erste Weiche sehen. Ah, die ist hier, alles klar. So, was haben wir noch? Das ist hier ein Abstellgleis. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort auch ein Signal hinsetzen, denn dann fährt der Zug schon mal ein Stückchen raus und, ja, wartet. Oder falls ihr hier einen Zug abstellen wollt, braucht ihr auf jeden Fall auch ein Signal, das könnt ihr dann später wieder abreißen. Aber, wenn ihr diesen Mod geladen habt, könnt ihr hier natürlich auch ein unsichtbares Signal hinsetzen. Das ist euch überlassen. Gehen wir nun zum nächsten Strang, das wäre dann dieser hier noch. Da gehen wir wieder vor und, aha, da sehen wir, da ist unsere erste Weiche. Also, oh ja, gut, machen wir hier ein Signal hin. So, das wäre die grundlegende Signalisierung, ja, wie ihr seht. Wir haben die zwölf Ausfahrsignale und wir haben nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, weil wir sechs Zugänge haben zu diesem Bahnhof. Also haben wir sechs Einfahrsignale. Ich habe das jetzt hier noch so geregelt, ja, dass dieser Strang hier auch noch erlaubt, in diesen, in diesen, ja, in diesen Bahnhof einzufahren. Also schauen wir wieder, okay, das ist die erste Weiche. Da kommt das Signal hin und bis zum Bahnhof kommt kein anderes Signal hin, weil sonst blockieren wir wieder das Weichenvorfeld des Bahnhofes und das wollen wir nicht, ja. So, an so einer Abzweigung ist wieder ganz normal. Setzen wir die drei Signale, einmal für hier, einmal für hier und einmal für hier logischerweise. Mehr Signale braucht ihr in diesem Zustand nicht. Genauso wie hier haben wir genau das gleiche. Zweimal Einfahrsignal, einmal das Signal. So, und das war's im Grunde auch schon, ja, das ist ein paar Signale, mehr braucht ihr in diesem Fall nicht. So, um das dann auch noch ein bisschen mit den Linien zu zeigen, sage ich einfach mal, okay, ich möchte jetzt hier von dem Bahnhof, ja, möchte ich jetzt hier losfahren und möchte jetzt gerne hier über diese Brücke rüberfahren und wie ihr seht, wir kommen dann hier auf dem rechten Gleis an und könnten dann sogar auf dieses rüber wechseln. Ja, können wir machen, wenn wir wollen. aber ich bin jetzt mal entspannt und sage, wir gehen mal ganz normal parallel hier rein. So, der Zug sucht sich ja dann automatisch seine Linie und ja, wir könnten das dann natürlich auch noch so machen, dass wir hier die Weiche benutzen, dann sagen wir, okay, ich möchte dieses Signal nach Bochum haben. Zack, wechsel es rüber weiter rüber können wir nicht, weil mehr Weichen habe ich jetzt halt zum Beispiel nicht eingebaut. So, wir können aber natürlich auch sagen, ja, ich möchte jetzt hier von Bochum, Moment, da muss ich kurz einen Trick machen, Moment kurz, um das euch zu zeigen, das muss ich kurz machen, damit es die Linie erkennt. Habe ich leider vergessen, tut mir leid. So, also das, wie gesagt, bloß damit es die Linie erkennt. Also, wir fangen wieder hier hinten bei der 1 an, aber möchten dieses Mal über dieses Gleis hier reinfahren und, ja, wir sagen einfach mal, ich möchte eine gerade Einfahrt haben, also nehmen wir nach Bochum dieses Signal, so, und jetzt sucht er sich diesen Weg zurück. Da wir das aber nicht haben möchten, da ja das nur sozusagen ein Einfahrgleis ist, ja, können wir sagen, okay, ich lege vielleicht hier noch einen unsichtbaren Wegpunkt hin, kann man machen und das wird dann nach dem Signal noch angewählt und dann fährt hier seine Strecke zurück, denn, wie gesagt, dieses Gleis soll nur als Einfahrgleis benutzt werden. Ja, und das können wir dann zum Beispiel auch verwenden, damit wir, okay, jetzt wird die Linie aber nicht mehr angezeigt, dass wir nach diesem Signal können wir dann auch sagen, wir möchten hier rüber, ja, dann fährt er hier rein über diese Weiche, würde dann hier rüber fahren und dann seine Strecke irgendwie vollenden, dort wieder umdrehen und so weiter. Und mit diesen, auch wenn ich es mir, ja, so baue ich grundsätzlich meine Signalisierung an einem Hauptbahnhof auf und und falls ihr das auch noch jetzt in einem Beispiel haben möchtet, ja, dann gehe ich mal ganz kurz hier auf meine Ruhrgebiets-Map und da sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir dann auch auf dem Ruhrgebiet und wir sehen hier Bahnhof Düsseldorf, ach Quatsch, Duisburg und hier ist da genau das gleiche, hier haben wir ebenfalls als zwölf Ausfahrgleise oder zwölf Bahnhofsgleise und hier sehen wir auch jedes Mal ein Signal stehen und die Einfahrt ist dann genauso, ich habe hier auch ein paar Schönheitssignale hingemacht, die müssten natürlich nicht hinkommen, um es kurz zu erklären, diese drei Gleise führen in unsere, also führen aus dem Bahnhof heraus, diese drei Gleise führen in den Bahnhof rein und das ist ein Multigleis, also bei mir heißt es so, weil es in beide Richtungen befahren werden kann. So, deshalb gehen wir jetzt mal hierher, wie gesagt, diese drei Gleise, Einfahrgleis, ach hier sehen wir schon, hier ist die erste Weiche, also kommen hier erstmal Signale hin. Hier links war noch keine Weiche, aber hier vorne. Hier ist die erste Weiche und hier muss der Bereich abgesichert werden von diesem Signal. Ja, das ist wie gesagt, dieses Signal steht ja schon ziemlich, ziemlich weit vor dem Bahnhof, aber das muss wirklich so sein, glaubt mir, da kommt jetzt nicht hier nochmal ein Signal hin oder hier nochmal eins, sondern wir müssen den, oder besser gesagt, ich empfehle euch immer den kompletten Weichenbereich freizuhalten. Da habt ihr dann nachher keine Probleme, dass irgendwelche Züge lang stehen, oder irgendwie euch oder irgendwie sich anschauen, ja, oder den Weg blockieren oder das Einzug dem anderen den Weg blockiert, ja, das sind halt so grundsätzliche Sachen, die man beim Signalsetzen von großen Hauptbahnhöfen beachten sollte. Wo kann ich das denn noch zeigen? hier in Oberhausen, vielleicht, Oberhausen? Oberhausen nochmal, ja. Hier ist das beste Beispiel eigentlich, weil hier gehen wir von 10 Gleisen gehen wir runter auf 5, also das heißt eine Reduzierung von 2 und ja, wundert euch bitte nicht über dieses Gleisvorfeld, aber wie gesagt, das Signal müsste eigentlich nicht hin, aber das habe ich einfach mal hier hingemacht, damit die S-Bahnen, die nachher hier fahren, schneller oder einen besseren Takt haben können. Hier sehen wir dann wieder genau das gleiche, hier ist die erste Weiche vom Bahnhof, also kommt auch hier das erste Signal hin und wir sehen hier die Einfahrt oder zwischen dem Signal und dem Bahnhof liegen dann, da kann man eigentlich nochmal einen Bahnhof reinpacken, aber damit ich das wirklich so gesichert habe, baue ich hier das Signal hin und nicht irgendwo anders. Genauso hier drüben hier ist die erste Weiche hier, also kommt hier vor dieser Weiche mein erstes Signal hin und genauso in die andere Richtung, da baue ich auch nicht, ich nehme jetzt einfach mal das Signal hier, da baue ich hier nicht kurz nach der Weiche schon ein Signal, denn ja, würde hier vorne noch irgendwie die Strecke blockiert sein und ihr baut beispielsweise hier ein Signal hin und der Zug kommt über diese Weiche rübergefahren und muss hier halten, der würde den Zug blockieren, der von hier kommen würde, lasst es bleiben, macht er mindestens eine Zuglänge Abstand und was und was ihr unter einer Zuglänge versteht, ja, also ihr plant ja eure Strecken im Voraus und ihr wisst ja dann später schon, was für Züge auf diesen Strecken fahren werden und da könnt ihr dann im Depot rauslesen, wie lang der Zug sein sollte und dann könnt ihr über diese Bahnhöfe, ich nehme einfach mal an, der Zug, der hier fährt, ist maximal 160 Meter lang, also nehme ich mir hier einen Bahnhof und setze das erste Signal 160 Meter nach der letzten Weiche hier. Wenn ihr einen dichten Verkehr habt, könnt ihr auch schon Moment, falls ihr zum Beispiel ein ICE Fahren habt und dann steht das Signal nicht bei 160 sondern vielleicht bei 240 oder 320 Metern, dann könnt ihr auch in diesem Bereich noch ein unsichtbares Signal reinsetzen, das könnt ihr dann auch schon ziemlich dicht hinter der Weiche setzen aber ich würde wie gesagt nicht so ein Signal hier hinsetzen weil das sieht einfach unrealistisch aus und wenn der dann wirklich da mal stehen sollte dann ich weiß auch an einem unsichtbaren Signal halten die Züge aber das wird grundsätzlich nicht vorkommen dass sie da halten werden denn das sollte ein Beschleunigungs ja wie soll ich das erklären das ist ein Beschleunigungs Signal und zwar müsste ja ein Zug so lange hier hinten warten bis der Zug das Signal hier passiert hätte und um das etwas zu verkürzen könnte man hier schon ein unsichtbares Signal reinsetzen denn dann fährt dieser hier los und und sobald der Zug hier über diesem Signal drüber ist weil der würde hier schon 100 kmh oder so haben der ist ja dann viel schneller hier über diesem Signal drüber bis der Zug hier angefahren ist und bei diesem unsichtbaren Signal angekommen ist deshalb nenne ich das immer so schön Beschleunigung Signal weil dann könnt ihr hier dann später auf der Strecke einen dichteren Takt haben und so weiter und so weiter zudem empfiehlt sich dann auch immer in dem Abstand von eurem längsten Zug die Signale zu setzen ich weiß es sind oft sehr sehr viele Signale auf einer Strecke aber auch hier wieder es sind etwas mehr wie 160 Meter zwischen diesen zwei Signalen hier aber dann passt zumindest zwischen einer Blockstrecke immer ein Zug rein das ist auch immer sehr hilfreich aber falls ihr noch irgendwelche Fragen habt wie ich also ich habe euch jetzt gezeigt wie ich meine Signalisierung auf meiner Strecke mache aber falls ihr noch irgendwelche andere Fragen habt über Bahnhofsbau über Weichenvorfelder die jegliche Art die so groß sind dann lasst mich das in den Kommentaren wissen falls ihr aber noch irgendwelche Probleme mit den Signalen haben solltet könnt ihr mich jederzeit auf Steam adden der Steam name ist unten in der Beschreibung drin und ihr könnt mich auch jederzeit auf Facebook oder auf Twitter anschreiben oder im Forum ihr könnt mich überall anschreiben ich bin da eigentlich ziemlich schnell falls euch dieses Tutorial gefallen hat dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wie gesagt falls ihr noch mit dem Spiel habt schreibt es unten in die Kommentare ich bedanke mich recht herzlich Tutorials die ich gemacht habe aber es macht auf jeden Fall Spaß euch weiter zu helfen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen wünsche euch noch viel Spaß bei Transport Fever und beim Ausprobieren bei der Signalsetzung bis zum nächsten Mal Tschüss